Hallo Leute draußen, es ist der einsame Wanderer. Ich bin heute in Fließbahnproduktion, weil es so geile Sachen wieder gibt, die ich einfach verbreiten muss. Raus über den ETA, Information kann mal wichtig sein. Man weiß es nicht. Und wenn es nur ist, dass ihr keinen Tabak mehr nicht verkauft an zu junge Menschen. Was ich damit meine, erkläre ich euch gleich, indem ich in den Artikel mit euch durchgehe. Der ist auf dem wunderschönen Pleiteticker. 14-Jähriger verletzt zwei Personen mit Messer. Der wollte doch noch spielen. Polizei lässt Täter aufgrund fehlender Haftgründe. Ein 14-Jähriger hat am Samstagabend in Hamburg zwei Personen niedergestochen. Kann man freilaufen lassen, macht doch nichts. Wir hatten wahrscheinlich einfach zu wenig Verständnis für ihn. Der minderjährige Täter wollte Tabak kaufen. Hieß der vielleicht Mohammed oder so? Ich spekuliere, ich frage für einen Freund. Der minderjährige Täter wollte Tabak kaufen. Als er diesen nicht bekam, stach er auf den Ladenbesitzer und einen 15-Jährigen ein, der schlichten wollte. Ja, äh, geht natürlich nicht. Ja, du kannst ihm nur, weil er zu jung ist und weil es da deutsche Gesetze gibt, nicht ihm Tabak, ne, das geht ja nicht. Tja. Das ist nicht kulturell auch unsensibel. Also, ich gehe natürlich hier in die starke Vermutung, ne, aber, ähm, ich würde jetzt einfach mal behaupten, er hieß nicht Hans. Schätze ich mal. Jetzt kommt der Knaller. Die Polizei landet den Täter fest, die sind aber aufgrund fehlender Haftgründe wieder frei. What? Was heißt denn fehlender Haftgründe? Der hat zwei Typen, zwei Typen umgemessert. Alter, da ist eine Gefahr für die Menschheit. Was kann da an Haftgründen fehlen? Ist er jetzt ruhig, weil er Tabak hat und keine Gefahr mehr, oder was? Das ist, war das so ein bisschen, so ein, so ein, äh, so ein Snickers-Ding? Äh, wüsste ich ganz bei dir selbst, oder wie das war? Ne, weiß ich nicht. Also, äh, das ist wieder Deutschland. Das ist wirklich, ja, ach so, Grund, keine Wiederhundungsflucht als Vernunftsgefahr. Er hat jetzt Tabak, kann nichts mehr passieren, oder was? Und wenn er was anderes als Tabak kaufen will? Vielleicht eine Flasche Schnaps? Aber keine Wiederhundungsgefahr. Nein, alles gut. Und warum sollte er auch flüchten? Klar. Ja, soll ich das so sagen? Zwei Belohnen, Zonen liegen niedergestochen auf dem Bürgersteig und schreien vor Schmerz, während Blut über den Gehweg fließt. Wunderschön. Ich liebe es, wenn, äh, Achtung, greichelt, in guter Bildmanier die Emotionen hochkochen. Sanitierter kümmern sich um die Opfer ins Messerangriff. Ja, ist doch normal heute. Ne? Brauchen wir noch nicht mal uns drüber aufregen. Messer hat doch jeder heute. Der Dieter ist jetzt 14 Jahre alt und stach auf zwei Männer ein, weil er keinen Tabak kochen konnte. Das heißt, keinen Tabak. Meine Güte. Die Rechtschreibfläche haben sie von der Bildung auch übernommen. Dieses Schreckensszenario ist am Samstagabend in Hamburg Realität geworden und die Polizei hat den Messerstecker erst einmal entlassen. Es liegen keine Haftgründe vor. Es ist, ähm, diesmal ist es zwar kein Einmann, aber, äh, ein, ein Jugendlicher, sozusagen. Na, der hat offensichtlich keine Nationalität, kein Aussehen oder was auch immer. Die Tate eigent sich um 20.27 Uhr in der Wandsbecker Marktstraße im Hamburger Stadtteil Wandsbeck oder Beek. Der 14-Jährige sprach laut Angaben der Polizei einen 15-Jährigen an und bat ihn, Tabak in einer nahegelegenen Shisha-Shop zu besorgen. In einer nahegelegenen Shisha-Shop. Gott, was für ein Deutsch, Leute, ey. Ich bin ja schon still. Ich weiß, ich lese völlig umsonst. Ich sollte dankbar sein. Jedoch weigerte sich der 29-Jährige Besitzer des Geschäfts, ihm diesen zu verkaufen. Darüber laut der 14-Jährige an, gibt ich die Kontrolle. Und meine Güte, er hat die Kontrolle verloren. Mensch, das ist ihm einfach so passiert. Also, nicht, er ist ein böswilliger Muggel, der vollbewusst bösartig jemanden abgestockert. Nein, es ist super. Der Arm mit dem Messer ist quasi ausgerutscht und die Typen sind ins Messer reingeschlittert. So ungefähr. So klingt das. Was für eine Verharmlosung wieder, ey. Berichten zufolge stach in dem Ladenbesitzer ein Messer in den Unterarm, wodurch dieser schwer verletzt wurde. Als der 15-Jährige Dauphin eingreifen wollte, um zu schlichten, wurde er ebenfalls von dem Messer getroffen und am Arm verletzt. Nein, naja, also es ist diese Verharmlosungssprache, nicht das Messer hat ihn getroffen, sondern ein Typ hat auf ihn eingestochen. Das ist ein Unterschied. Nach der Tat flüchtete der junge Angreifer in Richtung U-Bahnhof Wandsbeek. Während seiner Flucht setzt er gegen drei mutige Augenzeugen in den verfolgten Pfeffersprache ein. Alter, was für ein gewalttätiges Monster, der läuft frei rum, Alter. So unglaublich. Trotzdem gelang es den Passanten, den Jungen auf dem Bahnsteig zu überwältigen und der Polizei zu übergeben. Der Täter wurde festgenommen, Messer und das Pfeffersprache konnte die Polizei ebenfalls sicherstellen. Bei der Tatwaffe hat der 14-Jährige auf die Gleise der Bahn geworfen. Also auch noch schlau genug, seine Spuren verwischen zu wollen. Das ist ein hochkriminelles kleines Blag und so müsste man es auch behandeln. Und den Typen freizulassen, ist das Falsche, was du tun kannst. Aber es muss ja immer erst noch einer sterben, bis man irgendwas macht. Das kennen wir ja. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde Jugendliche aufgrund fehlender Haftgründe entlassen. Eine Sprecherin der Polizei Hamburg sagte Pleiteteke auf Nachfrage, wenn sie bei den Piter keine Wiederholungsflucht auf Verdunkelungsgefahr. Ja, okay, er macht sich nochmal, aber ihn jetzt zu bestrafen für das Wasser getan hat wir auch albern, oder? Deutschland ist ein einziges Shithole. Entsprechend haben wir den Burschen entlassen. Jetzt liefen die Ermittlungen. Bei dem Piter soll es sich um einen Deutschen handeln. Ja, okay, ich bin mal gespannt. Passt Deutscher oder mal ein echter Deutscher? Ist ja nicht ausschließend, dass es auch mal ein echter Deutscher sein kann. Das will ich nicht in Abwehr stellen. Und außerdem, ihr wisst ja, Deutsche tun das auch. Ja, wenn euch meine Berichterstattung gefällt, meine bissigen Kommentare und die Informationen, die ich euch bringe, lasst mir ein Abo da, teilt mich, pusht mich, liked mich, gebt mir Daumen hoch, ihr kennt das. Auf bald!